Herzlich willkommen zu «Schweizer in Norwegen». In dieser Sendung geht es um eine norwegische Stadt, nämlich Olesund. Was man dort und in der Umgebung alles sehen und machen kann, das sehen Sie im ersten Bericht. Olesund wird finanziert auf Habelweg zwischen Bergen und Krondheimen an den Westküsten in der Provinz Möreau-Romstal. Am Anfang von einem weitverzweigten Fjordsystem, an dessen Ende sich der berühmte Gärangerfjord befindet, liegt Olesund auf drei Inseln, nämlich Nöröja, Heissa und Asperja. Die Stadt wird durch ein Bollwerk, eine kleine und grössere Insel auf dem stürmischen See vom Nordatlantik geschützt. Heute sind die meisten der Inseln mit Tunneln und Brücken miteinander verbunden. Die Gegend um Olesund ist schon im Mittelalter besiedelt und die Stadt war ein wichtiger Handelspunkt. Olesund wurde im Jugendstil erbaut, das sonst in Norwegen nur sehr selten ist. Der Grund ist, dass die Stadt im Jahr 1904 komplett abbrennt ist. Danach ist die Stadt in nur drei Jahren wieder aufgebaut worden und nur Steinhäuser sind genehmigt worden, um eine Wiederholung von der Katastrophe zu verhindern. Als der deutsche Kaiser William II. von der Katastrophe gehört hat, hat er sofort Hilfengloss geschickt. Er war nämlich ein grosser Norwegen-Enthusiast und hat seine Sommerferien offen auf seiner Yard an der Küste vor Norwegen verbracht. Durch seine Ehre steht er Gedenksteins im Stadtpark. Vor allem rund um den Fischereihafen am Hellesund sind die farbigen Häuser mit ihren Türmchen und Turmspitzen am schönsten. Dort kommen sie bis zum Wasser und spiegeln sich an schönen Tagen. Der schönste Überblick über die Stadt gibt es vom Hausberg Axla, der 189 Meter hoch ist. Am einfachsten ist es den Weg zu nehmen, der im Stadtpark anfängt. Nach 418 Stufen ist man hier oben. Hier oben hat es ein Beiz. Es ist auch möglich mit dem Auto hochzufahren. Äben um 3 Km fest hier vom Stadtzentrum liegt einer grössten Aquarium der Norwegen. Der Atlanta Haven Park. Also Park des Atlantischen Ozeans. Das Aquarium ist vor allem aus Meeresbewohnern aus der norwagischen See spezialisiert. Exotische Truppen Fisch suchen es Vergebens. Die Hauptattraktion ist das grosse Aquarium mit den typischen Fischen aus Norwegen, wie Dorsch, Lachs, Seelachs, Seewolf und Heilbutt, also alles was man sonst aus der Tiefkühltruhe kennt. Der Höhepunkt des Tages ist die grosse Fütterungsshow. Ein Taucher schwimmt dann rein und füttert die Fische mit der Hand. Die Fische gehen natürlich den Abflamm und stürmen gerade los. Gewisse Fische, v.a. Seelachs sind besonders gewitzt und versuchen das Futter gerade selbst aus dem Sack rauszuholen. Die Insel Goudoi liegt ein paar Kilometer vor Olsund und ist über mehrere Tunnel und eine Brücke mit der Stadt verbunden. Beim Fischereizentrum Alnest steht der malerische Leuchtturm ganz aus Holz. Er wurde 1937 als Stelle eines älteren Turms gebaut und 1993 umfassend renoviert. Im Gebäude hat es jetzt ein Kulturzentrum mit Kaffee. Nebenan liegt der Strand mit weissem Sand, der bei der Einheimischen sehr beliebt ist. Die Gegend um Alnest ist Ausgangspunkt von Bergwanderungen direkt am Meer. Gerade oberhalb von Alnest liegt der Alnest Watne. Ein Bergsee an dem sie Meeresvögel tummeln. Weisse Fische Sie liegt südwestlich von Ohleshunden. Das Hauptziel ist der Rundebranden, der grösste Vogelfelse von Norwegen. Man hat dort über 200 Vogelarten gezählt, wie Papageitaucher, Trottelummen und Brassstöppel. Die grosse Papageitaucherkolonie ist die eigentliche Hauptattraktion der Insel. Die Vögel kommen dort zum Brüten. Dafür bauen sie Löcher in der Erde, wo sie ihre Junge gross ziehen. Die Weitaucher sind nur zwischen Ende April und August auf der Insel. Den Rest der Zeit sind sie auf dem offenen Meer. Runde ist über eine Ferie sowie mehrere Brücken von Ohleshunden erheuerbar. Es gibt auch geführte Bootsdouren direkt von Ohleshunden. Ohleshunden hatte einen Flughafen und wird von der Hürtigrütten angelaufen. Es empfiehlt sich aber ein Auto zu mieten. In Alnes haben wir ein ganz tolles Feierhaus gehabt. In Alnes haben wir alles für Überraschungen gehabt. Das sehen Sie im zweiten Bericht. Wir sind jetzt nicht mehr in den Bergen. Wir sind jetzt am Meer. Hier haben wir jetzt ein Rauchbue gemietet. Das ist ein Haus, das ursprünglich Fischer gewonnen hat. Die kommen ursprünglich aus den Lufoten. Aber die hat sie jetzt nicht überall in Norwegen. Jetzt schauen wir mal, wie es da drin aussieht. So, und zum Wohnen ist im ersten Stock. So, da sind wir von der ersten Stock. Es ist halt alles schön aus Holz. Da hat es ein Schlafzimmer, zwei Schlafzimmer und ein WC. Und hier ist die Koche und Wohnzimmer. So, da kommen wir mal rein. Und da hat es auch eine Koche, die gut ausgestattet ist. Und ein Fernseher. Und das Wichtigste am Haus ist die Aussicht mit Meeresblick. So. Aber das Beste am Haus ist unten. Wie ich stelle, ist das Haus oben viel breiter als unten. Das hat einen bestimmten Grund, weil ... hier hat es speziell am Haus und zwar so eine kombinierte Garage-Botshaus. Und mit dem Haus kommt auch nochmal andere Sachen mit. Zum Beispiel Reisen zum Krabbenfischen. Schwimmwesten. Und ein Boot. Und das gehen wir jetzt hier an. Und raus kommt man durch die grosse Türe. So, und das ist das Boot, das mit dem Haus kommt. Mit einem 9 PS Motor, damit man das ohne Bootsführerscheine fahren kann. Und damit kann man um die Insel hinaus fahren oder fischen. Und das ist es hier, um den Fisch zu nehmen, nachdem man ihn gefangen hat. Die Möbel werden sich sicher freuen. So, und da hat es nochmal eine Türe. Und da hat es eine kleine Fischkoche, wo man dann seine Kappe hier rein kochen kann, nachdem man sie mit der Reise gefangen hat. So, und wenn es da euch gefällt, und ihr auf einwand machen, das Haus, das kann man mieten, bei Alnes-Rurby-Ferien. So, das ist es für dieses Mal. Wenn ihr Fragen habt oder angehen habt, dann schreibt mir eine E-Mail auf norwegen-at-polipost-studio.ch. Alle unsere alten Folgen können unseren YouTube-Kanal in HD sehen. Und für die nächsten Updates und einzelne Informationen besucht ihr unsere Facebook-Seite. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Malmö Mom Untertitelung des ZDF, 2020